So, moin moin! Ich hab grad gut einen halben Liter auf Ex getrunken, damit es meinem Rachen wieder ein bisschen... Ja, Todesstern! Damit es meinem Rachen wieder ein bisschen besser geht. Ich muss sagen, ich war jetzt ganz am Anfang als Hotz... als Hotz... als Host geplant und hatte eine wunderschöne Liste mit ganz, ganz vielen schönen Maps. Aber der Benni, der hat es von auch ganz gut gemacht. Der hat hier ganz gute Maps ausgesucht, finde ich. Ich... Ich bin K.U.S. Oh, da ist auch gleich der Benni... Ah, du Sau! Hm, du Sau! Muss ja auch allen erstmal mitgeteilt werden, dass er eine Sau ist. Ist ja nicht selbstverständlich. Hallo Benni! Was war das denn? Achso, genau, es fängt jetzt erst an. Sorry für diesen Ausbruch meiner Emotionen... Du Arschloch! Ähm... Wer? Der... BG... 28. So, was ist... Was sind denn da jetzt so viele Klone? Ich bin hier mitten in der Höhle des Löwen. Haaa! Aua! Gut, es fängt wieder gut an. Aber jetzt hau ich rein. Jetzt werden keine Fehler mehr zugelassen. Es scheint mir auch, als ob ich ein bisschen krank wäre. Das heißt, ich zeige einige Symptome des Krankseins. Obwohl ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich es nicht bin. Mhm. Das sind die spannenden Sachen im Leben des Casino A. Und falls ihr es wissen wollt, mein Nachname beginnt nicht mit A. Und mein Vorname ist auch nicht Casino. Ich hab die Brücke zerstört. Ja, sei stolz! Nabelpiercing oder Fels oder Paddy. Fühl dich stolz. So, endlich auch mal wieder eingetötet. Du! Die rennen immer... Die stellen sich immer da hin und rennen dann feig. Oh! Feige weg! Das ist eigentlich eine sehr feige Strategie, wie das Wort feige schon gesagt hatte. So, jetzt bin ich gerade wieder... Aua! Ein bisschen besser. Oder ging der auf mich? Casino? Wieso ging der... Och Mann! Die ganzen Abschüsse gehen nicht auf mich. Schreibe ich auch gleich. Die ganzen Abschüsse gehen nie auf mein Konto. Trauriges Smiley. Nein, trauriges Smiley. Äh, jetzt marschiere ich mal hier rein. Mitten in die Höhle des Löwen. Da, wo ich vorhin schon war. Komm, jetzt... Du bist tot! Bitte! Ja, wenigstens einer. Wo bin ich hier? Alter Schwede, ich bin gerade echt verwirrt. Ah, ja, du bist... Ich bin tot. MENNO! Sauerei! Ich, äh, wo bin ich? Ich gehe mal hier lang. Ja. Ich habe keinen Plan, wo das jetzt ist, aber ich hoffe, da ist was. Zum Beispiel der Benni. Äh, ja. Äh, hier bin... Hä? Was will ich denn hier? Hier ist einmal gar nichts. Weder der Benni noch der Padi. Übrigens, mein Name endet nicht auf... Äh, Doppel-N oder Doppelbuchstabe-Y. Absilum. Das ist nur bei den beiden so. Oh, ich habe ja Raketen. Ah, das taugt. Ah, Raketen, 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 Raketen. Ich schieße mal von hier oben einfach ein bisschen runter. Auf den da zum Beispiel. Der Loser, der einfach stehen bleibt. Dann kann ich das dann natürlich, wenn sie so schön stehen bleiben, auch wunderbar mit einer Rakete. Stirb doch! Abschießen. Mit Stirb doch meint, ich schieße doch. Ergibt irgendwie mehr Sünde. Ich heile mich mal hier ein bisschen, was ich, glaube ich, fast noch nie gemacht habe in meinem ganzen Let's Play. Oder? Oder mache ich es die ganze Zeit? Ich kann mich... Ah, ah, Mann. Nie erwische ich mal einen von meinen Freunden. Dabei bin ich doch so masochistisch veranlagt. Alderlan. Alderlan. Auch schön. Ah, Nabel... Nein. Nein, nicht Nabelpiercing. So, ich muss jetzt mal schauen. Casino. Ja, jetzt werden die Schüsse bei mir gezählt. Das macht mich doch glücklich. Ich... Stirb! Kamikaze! Wieso? Ach, der blöde Markus. Der macht mir alle die Klauen hier, oder? Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Sorry, Markus, falls du es siehst. Ich weiß nicht, ob du Klaust oder nicht. Also, du Klaust nicht absichtlich. So viel ist klar. Ach, ach, ach. Ich rede so viel. Ich hänge... Ich bin... Warte. Nicht der Beste. Ich bin genau um einen Kill schlechter als der Markus gewesen. Schon wieder Todesstände. Benni macht immer dieselben Karten. Ja, ich schaue jetzt mal wieder auf die Framerate. Nicht, dass da zu kurze Folgen rauskommen und ich jetzt schon ausmache und dabei nur vier Minuten vergangen sind, oder sowas. Sowas ähnliches ist mir nämlich schon mal passiert und das war unschön. Also, eigentlich ist immer, wenn man... Also, bei Online gibt es meistens hier nur die Option automatisch. Und immer, wenn man automatisch klickt, egal ob im Single- oder Multiplayer, ich werde immer schlecht tippen, okay? Wird man, wenn man auf mal automatisch klickt, genau die Einheit oder Partei, die man hier jetzt am Anfang sieht, hier meine ich. Automatisch und Einstieg. Das Spiel beginnt in 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Also, jetzt beginnt's. Ich hau rein. 13 Sekunden warten jetzt wieder. Ich, ich, ich schreib mir von meinem Ich schon, obwohl ich gerade mich wieder gebessert hatte. Aber whatever. Also, wo... Ach, hier bin ich. Wer ist... Schon wieder Markus? Jetzt wird's aber langsam doof. Ich mag zwar Markus immer noch, obwohl ich ihn nicht kenne. Nee, alle aus Bayern. Lustiges Smiley. Ähm... Nabelpiercing? Ich nicht. Doch, du auch. Das wisst ihr ja schon, dass sie aus Bayern sind. Ich denke, das ist kein Geheimnis, das ich jetzt böswillig freigegeben habe. Nabelpiercing. Fuck! Ich hab aber auch Pech. Okay, ähm... Next. Hier, Framerate-Schauen ist immer noch schön rot. Lalalala. Ja, ja, ja. Ah, okay. Es geht weiter. Bin ich... Ich bin wie der Imperium. Eigentlich schade. Ach, nee. Nicht schade. Ist mir eigentlich scheißegal. So, du. Wen hab ich getötet? Ach, er dachte, er kommt doch... Ah... Ach so. Ö. Ja, das Ö passt da gut rein. Ach so, Ö. Aua. Ich glaub, ich hab grad ein neues Smiley erfunden. Nämlich ein Ö, einen Punkt und noch ein Ö. Auf allen Dingen gibt's das zwar schon, weil's alle Smilies irgendwie schon gibt. Aber... Ich will ja jetzt mal ein bisschen stolz drauf sein. Lasst mir das doch. Ich will da runter. Für jeden, der es nicht weiß, hier geht's runter. Oh, genau der falsche Zeitpunkt. Alter, Harschaf. Weil hier kann man ganz wie in Episode 4, äh, einfach zerquetschen... Ach, fick dich. Ich hab Pech. Ich sterb immer wegen, ähm, dem Spiel. Ja, also so eine billige Ausrede hab ich ja selten gehört. Seltenst. Unglaublich. Hehe. Die dumme Sau. Ähm, ja... Ich versuch jetzt... Wir führen irgendwie. Irgendwie führen wir. Ich weiß nicht, warum. Weil eigentlich bin ich sowas von schlecht. Mich könnte man fast schon als Noob bezeichnen. Aber das will ja keiner, weil... Ich meine, ihr seid doch alle liebe Leute. Ihr seid alle ganz liebe Menschen, die es verdient haben, nicht, äh, äh, ja... Eier in die Tür geworfen zu bekommen. In die Tür. Hinein. In die Tür. Also in die Tür. Also in die Tür. Er kackt nur noch ab. Das stört mich nicht. Das finde ich genau genommen eigentlich sehr schön. Und ich bin immer noch... Oh, das war jetzt... Das war jetzt zugegebenermaßen einfach nur schlecht von mir. Also sehr schlecht sogar. Framerate ist immer noch in Ordnung. Wow, ich wundere mich gerade. Ich dachte, das wäre jetzt schon zehnmal auf grün gekommen. Aber irgendwie anscheinend... ...habe ich mich da grob verschätzt. So... Oh, was bist du denn für einer? Auf jeden Fall bist du tot. Nabel-Piercing, mein Freund. Du bist tot. Indem ich dich einfach von... ...von vorne genommen hat. Und dann von hinten. Und dann von der Seite. Und dann ins Ohr. Aua, voll in die Fresse. Küpp-Aster. Ja, ich... ...spaß mir jetzt wieder was zu schreiben. Aber irgendwie ist das Endverlock... Normalerweise hasse ich ja so Smileys und so Roffeln und so einen Scheiß. Aber ich bin gerade echt versucht, die ganze Zeit irgendwas zu schreiben in der... ...in der Richtung. Wie zum Beispiel... Och, der hat mich schon wieder getötet. Roffel, Roffel, lol, lol, lol. X, D, 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 lol, lol, X, D, 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 lol. Ähm... Ah! Ah, diese Schmerzen! Ah! Das tut mir... ...in Wirklichkeit richtig weh. Also... In real life sitze ich hier und hab übelste Brustschmerzen, weil mir da jemand reingepf... ...gesieeg! Gewonnen! War ich der Beste? Ähm... Naja... Ich hatte am meisten Tode, aber auch mit dem Benny am meisten Abschüsse. Das heißt, der Benny war am besten. So, das Video hat aufgehört. Das heißt, ich mach die nächste Folge. Tschüssi! Ich bin normaler salty. Das heißt, ich bin us swampant. Und ich bin so schwer الك faut. Mirklichkeit.